Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars mit dieser idyllischen Musik. Und oh, wer kommt da oben denn jetzt schon wieder? Ohm, weg mit dir! Oh, aus der Luft gefischt. Ja, und wie versprochen klappt es jetzt besser. Und, Alter, es ist Nacht! Die ganzen Viecher sind verrückt nach mir. Oh, und das Viech war es. Ich laufe jetzt nach links dann, ne? Mach, ich bin hier gerade bei so einem kleinen Dorf. Hui! Ey! Scheiß Vogel, Junge! Zack, weg mit euch! Ja, Mann, langsam bin ich super im Kämpfen. Der Dave hat man da am Abscheißen. Der Dave ist tot! Ich hab Vögel! Vögel und Skype ist am Abscheißen. Mit Kisten und Zelten und alles. Scheiße! Ja, leck mich! Wow, hier haben wir auch so einen Scheißvögel. Schießen die zufällig grüne Scheiße. Ah, rote. Rote schießt der. Und einer mit grüner Scheiße. Und ich bin auch gleich K.O. Aber dich hab ich mitgenommen. Und ich bin doch nicht K.O. Das ist immer meine letzte Bandage. Und weiter geht's. Mal sehen, was uns hier links irgendwo erwartet. Oh, flache Ebene. Flache Ebene. Flache Ebene, möglicherweise. Und ne Kiste. Und zwei Scheißviecher. Ja, Mann. Die Scheißviecher sind tot. Was ist in der Kiste? Gar nichts! Liegt daran, dass ich da schon drin war. Junge, ich bin nach links gelaufen. So schnell können wir gar nicht um den Planet rum sein. Da ist der Dave. Und der bringt Besuch mit. Leckt mich doch. So, der Vogel ist tot. Oh. In der Stroh ist auch nichts drin. Ah, hier ist das Lager. Scheiße. Jetzt hakt das schon wieder. Ne Bombe. Jawoll. Ey, Junge. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ich dachte, ich hätte sie jetzt behoben. Und dann so einen Kack. Gute Nacht. Ey, nice. Hier kriegt man wieder Hell. Geil, wie der geil das aussagt. Ja, klar. Wenn du schläfst, kriegst du Hells. Wusstest du das nicht? Nö. Hier mit meiner Kopperspitzangst. Junge, jetzt hackt das hier wieder gerade so behindert. Hier willst du auch deine Haar haben, ne? Was? Deine Kopperspitzangst. Ja, gib her. Willst du das hier haben? Das brauche ich nicht. Das ist scheiße. Junge, das hackt gerade. Alter, ein FPS. Wollt ihr mich verarschen? Was stimmt denn gerade nicht mit dem ganzen Scheiß? Toll. Ich gucke mal eben. Ja, hier sagt er, alles ist super. Bei Frepp. Habt, da geht's hier. Ha. Mal Inventar aufmachen. Mal gucken. Was kann ich wegschmeißen? Ah, das Fenix-Schwert eigentlich. Junge, warum hackt der Scheiß so behindert? Gehst du hier unter die Erde? Äh. Ja, Junge, die haben hier richtig unter die Erde gebaut. Sauber, aber warte auf mich, warte auf mich. Alter. Die sind gefährlich, ne? Pass auf. Ja, Junge, ich bin noch nicht mal hinterher. Ich muss erst mal nachmittag... Was ist das denn? Für eine Sense? Junge, Datenträger wird stark beansprucht durch Freps. Klar, was kann Freps schon so wasartiges machen? Ja, die Videos. Ja, okay, aber... Ja, nichts okay. Überleg mal, du hast mindestens 100 Gigabyte nur durch die Videos weg. Ja, okay. Deswegen meinte ich ja, jetzt lieber DayZ zocken die ganze Zeit über. Äh, ich hab Bock auf DayZ. Junge. Wie das jetzt hier schon wieder Spaß macht einfach. Ja, ach, bei mir aber gerade nicht, weil das mega am Haken ist, weil ich zu viele Videos davon auf dem Rechner habe. Was eigentlich nicht sein kann, weil ich noch über 188 Gigabyte speicherfrei habe. Das heißt, es kann eigentlich nicht haken. Der ganze Scheiß darf nicht haken. Besser gesagt, darf. Und, dass irgendein Vieh steht hier plötzlich vor mir. Ich tue gerade Whisky. Schön für dich. Ich bin hier unter der Erde. Mir ist ein Lagerfeuer, geil. Hier kann ich jetzt mein Fleisch braten. Mich wärmen. Dankeschön. Äh, äh, äh. Sauber, selbst wenn es ruckelt, kriege ich Ihnen auch alles hin, gegen die Viecher zu kämpfen. Ich hab zwei Flers gefunden und noch eine Flashlight, eine grüne. Sauber, jetzt gerade läuft's aber eigentlich. Hier leuchtet grün. Nice. Was leuchtet grün? Eine Taschenlappe. Nice. Juni, ich krieg nichts mit, wegen dem Scheiß einfach nur. Was ein Scheiß, das Ganze. Alter, das hakt. Ist das ein Kack. Ich nehm die Sachen hier oben mit. Eine Öllaterne. Da hauen wir meine... Nein, Juni. Ach, komm. So. Junge. Was? Der Zeiger, der steht, der Zeiger hat nicht mehr. Ja, Junge, das ist ne Miene. Ich seh den Zeiger auf Starboard nicht mehr. Wo ich bin, meinst du? Ich seh den Zeiger nicht mehr. Ach so. Jawoll, da unten, da oben ist der Dave. Wo ist der Zeiger? Jawoll, auch zwei Flares. Geht doch. Nimm du dir die Flares, die hier in der Kiste drin sind. Du hast auch schon die anderen. Ich will meine Inventar nicht großartig belasten. Ich nimm du ihn dir. Warst du schon rechts? Ja. Sicher? Ja, okay. Dann nimm diese ganzen Boxen da mit. Ich kann nicht. Ich hab kein... Geht schon wieder raus. Junge, geht einfach durch die Höhle raus. Eiskalt. Guck dir. Cool. Alter, das hakt wieder. Mann. Es tut mir super leid. Wie wär's, wenn wir dann nach dieser Folge mal... ...irgendwie dann kurz ne Pause machen, damit ich dann noch ein paar Folgen rendern kann. Komm mir aus. Mach ich denn auch. Was? Rendern? Ja, Rendern. Mein Speicher wird auch mal weniger. Ja, ja. Und ich bin tot. Der war geil. Ja, oh, und da schlüpft ein schickes Küken. Oh, jetzt läuft's plötzlich flüssig. Ja, klar, wenn ich tot bin, läuft's flüssig. Stell ich mir mal eben ein Zelt hier auf. Oh, jetzt läuft's gerade wieder flüssig. Ach, Alter. Okay, jetzt hakt's wieder. Mit 4 FPS. Super. Ich hab keinen Plan. Also, wenn das nicht an den Videos liegt, dann hab ich wirklich keinen Plan, woran es sonst liegen könnte. An deinem scheiß PC. Nein, Junge, der hat's ja davor auch aufgenommen. Das muss an den Videos liegen. Das ist der einzige Unterschied. Ja. Entweder daran oder... ...dass der jetzt irgendwie auch viel Speicher... Oh, ein Ees. Was? Was ein nices Labor. Manni, Manni. Ich will kommen, Manni. Alter, geil. Du Lappen. Hier ist so eine Feuterbank. Nice. Oder Lappen. Also, das soll ein Wetter stattfinden. Und so ein Licht, da sind in dritten ganz viele Blitze. Lappen. Wer ist hier denn da? Wer ist hier denn Lappen? Lappen. aussieht dass ich mich gleich in meinem Zimmer oh, da hinten sieht man so geil den Moon Tja, du hast gewagter Penner da guckst du, ne? wenn Dave schon wieder am Rasten ist ich flieg mal eben auf meinem anderen Planeten mach ich gerade mir wird kalt, mir wird kalt, mir wird kalt deswegen kann ich mit deinem Raumschiff irgendwie nicht fliegen der reagiert dann mit meinem Raumschiff ich bin tot ich flieg jetzt mit meinem Raumschiff gerade zu einem Asteroidenfeld tschö ich flieg jetzt auch zu einem anderen Planeten nein Junge, komm auf mein Schiff rüber mach ich nicht tschö, so, ist aber und aus tja, ah komm her, dann komm aufs Asteroidenfeld tja Junge auf mich wieder so anzukacken Wichser so, da ist ja der Dave Gönn dir das Licht, warte ja, leck mich mh, das ist Asteroidenfeld ich wollte es dir das Licht machen Hammer, nice, sieht das aus ja, und da kommt ja gleich Fischer hässlich Dolce Junge Junge oh, scheiße, man stirbt hier in einer Zeit NEEIN hä, ist das Diamant? ja man, kann sein ha 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 äh ich bin tot Junge, wie alter Zock tschö wie geil war das denn? wieder auf meinem Schiff das war richtig bad du so oh, sind das da Diamanten? wie du da dann angegelt hinrennst und dann so kommt der eiskalt von oben, Junge eiskalt fliegt grad zu den anderen Planeten jo mh, hier haben wir auch schon Copperohr tue ich echt, ne? ja ich baue hier Copper ab tja tja boah, gerade läuft's an aber auch Gott sei Dank wieder flüssig ah ne, scheiße, das ist Dingens oh, und mir ist super kalt tja 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 kuckuck wenigstens läuft's gerade wieder total, wie lang fliegt der? mega lang ha jawohl jawohl, das war geil zum Begruß des als Begruß des neuen Planeten jawohl und wie es auch sieht läuft es gerade wieder mit Starbound mh, da hat sie es oh, Junge, wie sieht der denn aus? ich geh mal links runter oh, Junge, die schicke Antigravitation jaaaa mega komm nach links oh, oh 3 Bomben ein Piano jetzt können wir zusammen Musik machen Junge, komm nach links, hier ist ein Dorf von meinesgleichen Goldrohr Copperrohr Scheiße hier kann man nicht atmen ja, jetzt sagt er auf einmal Datenträger wird stark beansprucht durch Starbound Junge, komm du her ich bin hier in der Stadt alter die Framerates oh ja mh, 8 Framerates dann plötzlich 43 dann wieder 8 mega ein Friedhof boah, ich werfe jetzt alles keine Woche wirf die in der Stadt komm zur Stadt und wirf die da öh ok, dann eben nicht, dann schön ja, ich komm, ja Junge, hier ist hier ist voll kalt ja man, nicht nur das ja, Kohle wui Scheiße, ich hab nicht mehr genug Sauerstoff ich sterb gleich tja so, ich geh jetzt hoch ins Schiff und komm dann wieder runter in die Stadt nein ich bin beim Asteroidenfeld ich muss erstmal auf dein Schiff so, jetzt komm ich runter jetzt erstmal die Bombe werfen warte, warte ich will dabei sein fürs Let's Play mach dich bereit für den Kampf scheiße man und das ist der Timer warte, warte, warte ja warte, der reagiert warte, warte nicht für die nächste Folge für die nächste Folge dann sehen wir uns gleich wieder ciao Leute danke für eure Aufmerksamkeit